Wir wollen euch herzlich einladen zu unserer Let it Rain-Konferenz, diesmal in Nürnberg. Am 23. und 24. Juni 2023 werden wir einen Eröffnungsgottesdienst haben, am Freitag um 18 Uhr mit Maria Prea aus Afrika, Uganda. Dann ist die Fortsetzung am Samstagmorgen um 11 Uhr und am Abend um 18 Uhr. Seid herzlich eingeladen, seid voller Erwartung. Wir als Team von Family Church Nürnberg sind voller Erwartung, dass unser Gott etwas tun wird, denn wo zwei und drei in seinem Namen sind, da ist er in der Mitte. Freut euch auf starke Botschaften von Maria Prean, vom Pastor Elia Wolf aus der Family Church Radebeul und von mir, Jerome Wolf, als Standortleiter der Family Church Nürnberg. Wir freuen uns auf euer Kommen. In Jesu Namen. Amen.